Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, Multiplayer, Survival, AGC, was auch immer. Ich bin heute zu zweit. Wir sind zu zweit. Scheiße. Da ist Oli. Wir sind allein zu zweit. Meine FPS-Anzahl, die... Vielleicht haben wir irgendwie die Welt nach einer Zeit nicht aufbauen, aber... Auf Sascha-Server geht's wieder. Oh, doch mal schau. Ich hab schon wieder E gedrückt, um eine Tür zu öffnen. Maaan. Tür! I! So, ich wollte jetzt mein Haus weiterbauen. Ich hab's falsche Tech Shop-Pack drin. Mach du arme Sau. Ne, ich wollte jetzt mein Haus weiterbauen, damit ich... Äh... Seht's kurz? Fertig. Wart mal, komm open. Oh, eh. Muss ich aber auch klettern. Ich muss auch gleich mal zu Flo. Okay, ich geh jetzt gleich erstmal zu dir, Flo. Damit ich... Ja, mein Haus hat nämlich... Letzte Folge, einen schönen Schaden erlitten. Hm. Ja, kurz vorm Ende ist ein Küper, ne, mein Haus explodiert. Und jetzt komm ich mir vor wie im Gefängnis, weil ich jetzt bloß nur schnell Zäune platziert hab. Gute Arbeit. Ja. Ne, äh... Warte mal, eins... Er hat getroffen. Ja, heute sind wir mal alleine, ohne die anderen. Die anderen sind gerade irgendwo, paar Zocken, lol. Die anderen sind nicht zu Hause. Hm. Oh, bald nur zu Hause. Wir sollten in einer Stunde mal heimkommen. Äh... Guck dir mal die Hühnchen an. Du 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 du. Ich muss gerade das nicht mal überschreibt ich glaube es war ja genau so war nämlich vor wann das hier rauskommt vor ein paar tagen verbilligt der fumble wandel das spiel ist schon ein bisschen älter aber ich bin es gerade irgendwie auch gerne was botten stoff stoff hat er hat den umriss von seinem haus gebaut ja ich will so viel stoff und bernier botte ich war schon lange nicht mehr auf dem server und du bist letztendlich mal die letzten zwei parts die letzten zwei folgen stammt der dreck schon so wie es ist ja da wollte ich auch die ganze zeit mit meinem haus beschäftigt da bin ich immer zu dir hinter gelaufen aber du wohnst zwei kilometer weg zwei meter weg ja und ich war bloß mit meinem haus beschäftigt die letzte proporzen es wollte jetzt eigentlich weiter machen und ich bin jetzt gleich mal bei dir auch stein wieder einheitlich braucht ein dürret das tut mir leid wegen den kleinen lag aber zurzeit ist es eben halt so dass mein rechner ab und zu mal abspacht muss man vorstellen die fps zahlen gehen von zwischen 30 und 25 30 und 20 wo man hoch und runter so wie es keine lust hat ich habe gerade die brutalsten probleme was die kontrol sein geht denke ich jetzt habe ich gelegt ich finde es interessant sind wenn du leck das kommt dann alles so nacheinander so ich nehme mal ein bisschen erd aus der kiste okay was ich habe so ich bin voll wird was kann ich bei dir lassen hier kristen müssen zum wie fleisch von mir noch was ich habe gerade so ein bisschen die probleme waren bei mageside zocken und das inventar auf er ist und die ganze zeit mein inventar auf und zu zu machen wird er nicht nur du nicht nur du ach man war toll wenn man ein anderes spiel zockt und dann sind die controls überall ich bin ja ich bin ja eigentlich so drauf gewöhnt jetzt also fast überall eben teilt mit tab das inventar zu öffnen warum habe ich mir die controls auch so hingelegt dass ich das immer auf tab habe das muss ich den nächsten mal bei matches halt auch so machen wenn ich immer auf er wurde habe ich jetzt kommt heute nach rechts habe ich nicht wirklich ersetzen wenn du die ganze zeit zu matches halt du hast du hast doch immer dieser test anders wo oder matches halt es ist schon mehr mehr aus an den wau wie du das jetzt nennst na warte nu passt schon nach halt die fresse hast schon weiter schlimmere version von dem bald gesagt magge city magge city ne magge sieht oder irgendwie sonst auch ganz andere spiele ich weiß das habe ich einfach so rausgehauen weil ich jetzt nicht wusste wie ich es am besten nennen sollte sagte bis ich fertig bin mit kohle in die ganzen öfen werfen sind die unteren schon wieder fertig mit grillen was machst denn du kohle in den oven werfen einschmelzen da war macht also das gefühl dass ich bei mir irgendwo so eine erkältung anbraten das gefühl habe ich auch oft aus dem ich habe gerade so ein quietschen gehört beim einatmen ein quietschen beim halt ich höre schon quietschen beim einatmen da versuchen wir mal hier so einen fetten baum aufzusetzen und den eigentlich mit hier kann man den eigentlich um ihn da ist er einmal also genau einen einen knochen von dem holz habe ich ja zurzeit noch genug mir fehlt eigentlich gerade noch eher auf das fichtenholz ich habe nur bürke viel zu viel bürke gott weil es ja noch fragt warum ich das so komplett voll mache oder besser gesagt voll mache bis im teilt auf einem blog es geht einfach nur darum es geht alleine bloß darum dass da keine fiecher spawn ich würde das ding ja nicht so ehrlich zu sein was denn ich sollte aufhören so ehrlich zu sein mit dem zeug was ich tue oder ich dass ich immer einfach so aus dem bauch heraus sage ich geh scheißen habe ich so eine gewisse erwartungshaltung generiert ja genau dass du jedes mal wenn du sagst irgendwas ist schon was mit deinem magen ich bin halt fertig ich hab's halt mit dem braun gehabt tja wer viel scheiße frisst doch viel erstes zeppling das ich werde ich wahrscheinlich so nicht kriegen aber holz das war keine beleidigung weil ich bin auch nicht gerade der dünste die vorderfront von meinem haus steht so und wir haben jetzt schon auch acht minuten jungen ernsthaft ok ich hab das genau was ich hab's genau 7 42 ja aber circa 8 minuten was der blick so mal gucken wie viel fichte habe ich jetzt so übrig fichtenholzbretter brauche ich überhaupt nicht ich muss erst mal eine zweifel spannend da gerade blättern beim weg verschwinden zu ich bin mir noch besser als das gras dazu zu gucken wie es wächst so die erde kann erstmal weg die brauche ich später wieder schwarzeichenholzbretter man kriegt dann von dem schwarzeichenholz mehr als man pflanzt pflanzigerweise wird fünf setzlinge aus einem baum rausbekommen junge ich brauche ich brauche dringend mein haus ich habe zu viel zeug was du ich hab mal gedacht ich verwende das holz für so akzente meiner höhle aber mittlerweile habe ich keinen plan was ich im hirn hatte ich weiß jetzt nur irgendwas mit akzenten so erstmals inventar ausleeren und dann das mitnehmen was man noch brauchen so ist ein apfel runtergefallen ok das fleisch brauche ich vielleicht auch noch fichtenholzbretter brauche ich mir gedacht was ist das für ein geräusch ich habe mir gerade so gedacht was ist das für ein geräusch wo nämlich oben liegt da so die katze am bett und schreckt sich auch jetzt ist schon nach zwei bauen mir ein fetter baum gewachsen das wäre wieder ein super zu betitelter part wie nenne ich ihn denn dark oak farming oder was ich das nicht schon also wenn ich es noch schaffen mein haus fertig zu kriegen oder willst du die wände zur fertig zu kriegen das sagt es ja erstmal relativ das wäre für mich einfach bloß das beste für diesen part wollte eigentlich mal eine höhe weiter bauen aber ich irgendwo nicht acht häufig eigentlich nur für räume brauchen könnte ich brauche noch ein paar fichten darunter drücke ich eher alter bloß wegen max ja danke ich glaube ich stehe im baum die musik ist so traurig macht schon besser was für musik meine musik der musik hören will da kann bei mir gucken ja aber ich habe ein besseres sektionen paket nein das ist besser meins hat 32 pixel aber das macht keinen unterschied man sieht schon aus wie so ein zelda rpg scheiß man hat 2 3 pixel zu mir sagt er letztes jahrs plus 16er pixel sind gut das findet er gut hat hat jetzt 32 pixel aber habe ich nicht gesagt so und gesagt die ästhetik muss packen passen genau die ästhetik passt genau die ästhetik der� so bei so einem blogspiel wird ungefähr diesen bewältigen steilpiste sind auch keine ästhetik okay oder dass das heißt du kannst das auch war und das ist ja auch kunst nicht wahr und das ist ja auch kunst auch wenn sie irgendwo voll komisch ausschaut Ja, das stimmt, allerdings. Ey. Ich mag, dass man Äpfel kriegt von den Scheißteilen. Ich hoffe, dass du nicht weißt, ey. Ey, ich hab so ein Video die ganze Zeit irgendwo in meinem Gedächtnis und ich sehe das mal lachen, wenn ich dran denke. Ein eigenes? Nein. Geh Schiss. Meine Videos haben noch keinen Unterhaltungsfaktor. Wen seine? Eine. Ich hab doch keine Hand. Ich glaub man... ...Torys System, das mach ich jetzt. Das ist ernst, also das Einzige, was ich grad merke, ist, dass ich mich grad selber zum Sterben verurteile. Die Wand, da haben wir Wand. Dann machen wir da noch ne Wand. Da hab ich keinen Torhüten mehr. Keine Wand. Da zwei. Da... ...Kisten, da Abstand. Da zwei. Tür. Da. Ne. Wir hörens weiter. Weiß nicht. Weiß nicht. Es wird grad dunkel. Wollen wir mal schnell pennen gehen? Oder... Das können wir ja nicht mehr machen. Mal gucken, ob wir noch irgendwo Fichtenholz rumliegen haben. Okay, ich bin im Bette. Okay. Oh, voller. So. So schnorch ich abends. Ich nicht. Ich kling mehr so, wie wenn ich grad am krepieren wäre. Krepieren! Ist ein echtes Wort. Steht im... ...Buch mit vielen Wörtern. Ja. Da hätt ich jetzt auch gebrauchen können. So. Normalerweise hilfst du mir, was in Sachen Wortfindung ist. Englisch. Ja. Deutsch bin ich grauenvoll. Bist du ja auch ein Österreicher. Ja. Nee. In Hochdeutsch redender Österreicher. So. Mehr oder weniger Hochdeutsch. Fichten! Meine Fichte. Ich werde es vorbeikommen und dir die Fichte klauen. Willst du mich umbringen, oder was? Nein. Das war sarkastisch gemeint. Oder ironisch. Ich weiß, wie das hier geht. Stehen hier noch irgendwo ein paar Fichten rum, die ich mal schnell abholzen kann? Hey, Spinne! Gib mir mal deinen Faden. Ach, nur ein Spinnen-Auge. Oh. Wir müssten mal langsam mal... Alter, wir haben doch so viele... Also, die haben doch schon so viele Diamanten gefunden, wa? Warum haben wir bis jetzt noch kein Hellentor? Das ist, weil... Alle... Aufsinn... Ich weiß nicht. Alle wollen jetzt gerade Häuser bauen. Ich hätt gern, dass man mal einen Chartment-Table irgendwo zusammenreißt. Ja, mir gehts ja nicht anders. Aber wenn die ineinander gemacht, dann setze ich mich selbst dahinter. Das heißt ja, jeder will Häuser bauen. Ich meine, klar, ich will auch irgendwo mein Haus bauen. Aber ich wollte wenigstens erstmal die untere Etage bauen. Weil ich weiß, wenn ich mein Haus baue, das dauert mehrere Stunden. Und... Schon im Kreativ-Modus hab ich für mein Haus... Ich hab ja mal schon mal vorgearbeitet. Äh... Ich glaub, drei Stunden gebraucht oder sowas. Äh... Ich glaub, ich glaube grad ein bisschen was von... von Stoff seiner Baum formen kann das denn. Ja, Platz hier ist wieder. Wozu haben wir einen Farmen? Ich rede jetzt eher so davon von... Holz mäßig. Also keine Bäume, sondern einfach das Holz aus den Kisten. Nein, von den Bäumen. Ja, dann ist das keine Pflanzwiese. Und nicht das... Dazu brauche ich aber erstmal Setzlinge. Gib mir den Setzling! Also kurz 10 Sekunden dort stehen bleiben und warten bis es kaputt ist. Die 10 Sekunden sind aber auch schon wieder pure Verschwendung. Ist pure Verschwendung. Sorry. Junge. Der Spruch mit du bist ist meiner. Der Spruch mit du bist ist steinhalt. Ich weiß. Nicht so alt wie deine Mutterwitze, aber ziemlich alt. Warte mal, steht hier vorne nicht irgendwo ne Working Bench? Oh ne Work Bench. Mensch, wisst was ich meine. Ich... Ich hab's mich nicht aussprechen trauen. Aber du wusstest Bescheid. Ich kenn dich halt. Ja. Ey, hier steht nirgendwo ne Work Bench. WTF? Du weißt, wenn du Fehler machst. So. Ab, wo's meine machst, da's meine machst. Das vom Bücher. Ach scheiß drauf, den Rest lass ich einfach jetzt da stehen. Mach ich erstmal mit 42 weiter, müsste erstmal ausreichen. Und den Platz wollte ich eigentlich auch noch verschönern. Das mach ich aber erst alles später. Machen wir mal einen Stapel Birkenholz. Ab den zu vier Stapel von Birkenholz Brettern. Und halb Stapelkisten draus. Warum glaub ich... Vielleicht nicht mal für mein Story schrauben. Oh Flo, kannst du mir mal eins beantworten? Nein. Mano. Wolltest du mich jetzt fragen, warum du da hinläufst, warum immer du hinläufst? Nein. Warum ich bei mir durch die Haustür gehe. Ja, ich weiß nicht, wie ein Haus aussieht. Es hat grad mal die vorderste Front. Oh Mann. Effizienz. Oh Mann. Effizienz. So muss das sein. Wenn ich meinen Storage Raum jetzt beschildern soll, oder ob ich noch warte, bis wir mal eine Charme-Table haben, dass ich mir das restliche Leder einklauen kann. Mh. Warte mal, ich warte auf das Leder. Oh Mann. Detail eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Machen wir das sexuell. Das klingt nach nem Plan. Nein. Pisten. Halb. 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 ich nehme das Brot an die View mein schöner China-Tempel der wird lange dauern ich will wissen schon mal ja das ist hoi ja auch schlägt mal so das gleiche kommt ein bisschen auf der anderen Seite Pickaxe 1,2, zack, 1,2, zack, zack 1,2, zack 2, zack, zack zack ja schreibt noch schon wieder 4 auf 5, 6 1,2,3,4,5,6 und gleich bin ich tot tot schon wieder das ist immer so bei mir sind die Wände immer 6 Blöcke hoch do you know what I mean? ganz schöne Anzahl an Wannen ja ich habe ja mal ausgerechnet ich glaube wie viel war es für ein äh für nicht für eine Wand äh für die untere Etage brauche ich glaube ich 300 Theoret Blöcke oder sowas ich habe ich habe hier noch ein 42er Stecken Fichtenholz hä? ok ich dachte ach ich habe das vorhin bestimmt mit dem Schwarzböckenholz verwechselt oder so aha gute Arbeit ich gehe da nichts gegen ein sarkastisches Kommentar 3,4,5 fäng ich die Ecke aus ich bin oooohh hä? warte mal ganz kurz oooohh ok jetzt ok Oli verwirrt Oli verwirrt 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 ja die da drüben sind zu hoch war zu zählen? nein eher gesagt fair zählt ich habe immer einen Block unten hin gesetzt danach habe ich bis 6 gezählt wo ich dann nochmal oben drauf gesprungen bin komm du schaste genau 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 ich habe noch ein Herz genau ja und dann Survival Skills arbeiten ich springe ja die ganze Zeit runter und ich wollte gerade ins Wasser springen und bin genau auf eine Kante gelandet alter der Pro Gamer klar ich spiele jeden Tag Adventure Mills also ja er hat die Skills ich habe den Groove nein ähh groben denn nicht nein mann ein Groove, Oli ey wenn ich das jetzt wirklich noch 8 Minuten schaffe Junge dann habe ich Winzen schonmal die untere Seite von meinem Haus fertig dank eurer Hilfe weil ihr mir so viel Zeug gespendet habt muss ich nachher noch Sascha mal ein Küsschen hinterlassen aha der hat mir doch auch Deorid gegeben ich glaube 2 Stacks oder so ja fast 2 Stacks gegeben willst du auch ein Küsschen haben? ja keiner will ein Küsschen von mir ah ah mal ganz oh fuck warte mal warte mal warte mal 1 2 3 4 5 ah gut mal den Boden hier rausgraden ich habe gerade mal noch ein Bild von mir angeguckt wo ich mal 1 2 3 4 5 zack bei den Seiten ah das war der Falschgemann ja 3 3 4 warte mal hey jetzt habe ich mich verzählt 1 2 3 4 5 zack ich hoffe das ist jetzt genau so wie ich mir das gedacht habe man ich freue mich schon so die Woche kommt mein Mikrofon am an das heißt wenn der Part hier raus ist dann ist der Mikrofon am sicher schon da ich freue mich schon so willst du jetzt einen Ohren dafür haben nur weil du dich über den Mikroarm freust Junge ja ich freue mich einfach nur so dann kann ich endlich mit meinen Füßen wackeln ohne dass das Mikrofon gleich alles aufhört ich weiß zwar nicht ob man es hört ich glaube nicht aber gehts auch da oder City da rein das geht nicht also ich glaube ich schaff's wir haben noch 6 Minuten Zeit warum habt ihr eigentlich das letzte Mal schon nach 25 Minuten aufgehört hä kein Bock oder was sagst du wo ich Stoff und Penny waren ja haben wir den Stoff gesagt hat er muss pennen gehen weil es ihm scheiße ging weil er krank ist so bloß ein Simulant Junge du bist bloß ein Simulant Junge du bist denn das du hast du hast mich beim Vorspielen gesehen Fußball Fußball spielen Fußball 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 ich spiel aber kein Fußball jetzt jetzt wollte ich verarschen jetzt jetzt will das Spiel mich aber mal wirklich dicke verarschen ja wer nicht so wo geht's so oh gut okay die Steine gehen doch noch aus ich dachte grad wärst du so kurz vorm End nein oh okay die Steine gehen doch nicht aus also sprich ich hab nix komm mehr Kisten ich hab schon drei Stück weil die restlichen zwei schon voll sind mal die Tür zu machen hier ist zu immer schön sagen was man tut wenn man nix besseres zu sagen weiß ich könnte natürlich noch ein paar Fenster oh ne die soll genau passend mal den ganzen Stein wieder rausholen aus dem verdammten ich glaub ich würde noch jeweils zwei Fensteren machen da kann ich mir nämlich ich hab keine XP mehr warte meine Wände sind fertig und ich glaub wir werden gleich Monsters spawnen hol mir grad mal einen Stein aus den Öfen ähm so mein Essen ist auch schon wieder alter wir verbrauchen letzter Zeit zu viel Essen was geht's eigentlich mit den Kartoffen D-Shirt angepflanzt ach ne wir haben hier bloß Karotten ne ähm ähm ja Karotten und Getreide würdest du dich zufrieden geben gut wo sind meine Teile mehr Bricks wollen wir schnell pennen oder ja noch vier Minuten ne noch nicht mal mehr dreinhalb aber dann sollte man schon Schluss gemacht haben ne ich meine vielleicht ein bisschen was kann naja 30 Minuten lang doch wir auf dem Zorro sind wir könnt ja dann noch der Nachbar drüber reden im Titelbildschirm mit Sturzjöcken ne oder ja ich hab hier grad ne Kuh Massenhaltung und das in nem verdammten neun mal neun Meter Gehege ich hab so viele Kühe dass es Massen die Haltung in neun mal neun Meter Gehege ist weil ich am Anfang vom Part hab ich nämlich alle mal paaren lassen und die sind jetzt wieder aufgewachsen die Kühe mhm ich hab deine Kuh von mir grad eben gesehen ja es sind noch mehr Kühe ich bin grad am überlegen mach ich jetzt in der zweiten Folge die wir jetzt noch recht fahren und hol mal was ich bin am verhungern ich bin auch laut am verhungern ich bin auch laut am verhungern hab meine Tiere leider priorisiert da bin ich selber irgendwo weggeblieben da auch noch immer Straßenanschluss für ein Hauptplatz mal im Ernst der Hauptplatz muss erstmal entstehen da wollte ich ja noch ein bisschen was draus machen aber bis jetzt fehlt mir eben halt noch nicht ein was ich will es bloß mal begradigen wenn man kann es ja immer noch mit Steinen auffüllen bruchstellen das ist nämlich einfach ich habe spaße die anfängt aber ich weiß nicht wo ich sie anschließen kann dass noch nichts gibt so floh jetzt muss mir mal ein rat geben direkt nehmen dann noch beim getreide also ich bin mal kommt das ding ist gerade nicht nicht wegen mein haus soll ich jetzt mein haus weitermachen weil also ich muss ja noch das dach fertig machen oder soll ich hier irgendwas im teiltüttelstatt machen ich habe nicht schon irgendwie bock jetzt willst du mal noch das dach fertig zu machen aber das wird bestimmt noch den nächsten potter und gesagt dass du mal das dach fertig macht das mal was hast das stimmt doch oder dann kann ich ab nächstes mal ein bisschen was machen mit den anderen ok wir sollten jetzt langsam mal schluss machen sonst verplappern wir uns wieder und ich muss mir noch mal schnell was zu essen bei mir sind es 29 haben wir schon eine minute gebraucht bis wir angefangen haben ja ich habe doch noch sicher fünf sekunden vorher gewartet bevor wir gestartet haben wir haben ja melonen ja gerade das ganze getreide und karotten wächst dna nicht wahr deswegen ja also ein paar melonen nehme ich mir schon mal mit dann nachdem wir sowieso gleich wieder los machen wo ich mir nicht sorgen machen sind aber wir sollten jetzt wirklich den part werden so wie er gut okay um ich gehe schon mal runter vom zu mir schon mal raus wird da kann man ja ganz bericht sein für das zu schauen bis zum nächsten mal aber auch mal weiter ich komme weiter weiter drüber mal ein paar mehr Kühe umschlachten und so was so wird von gut und ich brauche mein Haus und ich mache schon mit der nächste Folge ein bisschen was anderes machen kann Jo bis zum nächsten Mal bis denn denn Tschüss Ciao